Ja, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen kleinen Video. Heute habe ich mir mal Unreal Tournament, die Pre-Alpha rausgesucht. Ich bin vor kurzem erst darauf gestoßen, dass es das gibt. Habe ich bisher nicht gewusst und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Nur, dass das Spiel recht unfertig sein soll, aber die wichtigsten Spielmechaniken sollen eigentlich funktionieren. Und da dachte ich mir doch, ich teste das mal und nehme euch gleich mit. Ich habe mir das Ganze runtergeladen, ist eigentlich schnell gegangen, ohne Probleme. Kurz ein Konto erstellen und schon kann man eigentlich loslegen. Gut, dann würde ich sagen, ich drücke mal auf Play. Quick Play, Deathmatch, Final Game. Nee, Quick Game. Und mal gucken, was uns erwartet. Ich habe ja früher schon viel Unreal Tournament gespielt. Und ja, ich muss sagen, es ist Hammer. Also es war Hammer. Was jetzt hier, unser Wartet, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, was ich hier... Oh, wir haben es geschafft. So, Loading. Nee, das wollte ich sagen, früher war ich ein großer Fan. Ich habe das oft mit LAN-Partys damals noch mit meinen Freunden gespielt. Und ja, mal gucken. Jetzt im Jahr 2015. Wie gesagt, das Spiel soll noch nicht so ganz so weit sein. Aber ist ja auch eine Pre-Alpha. Also noch nicht mal eine Alpha. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Okay, dort fängt er schon mal gut an. Ich bin hier einfach so reingeworfen worden. Der erste Kill. Woo! Sehr gut, sehr gut. Okay, das Spiel ist gerade fertig. Aber wir haben schon einen kleinen Einblick gehabt. Ein Kill, auf jeden Fall. Zum Ping sage ich jetzt einfach mal nichts. 218. Oh mein Gott. Aber ich weiß nicht, an was das liegt. Okay, Leute, wir sind im Spiel. Hat ein paar Anläufe gebraucht, bis es funktioniert hat. Aber wie gesagt, Pre-Alpha. Und ich würde sagen, der erste holen wir uns gleich mal. Ui. Gut, ich muss dazu sagen, ist das erste Mal, dass ich das hier spiele. Seit, was weiß ich, 10 Jahren oder so. Verdammt, nochmal stirbendlich, du Bastard. Ja, das ist doch mal was. Jetzt auch nicht die geilste Knarre, die ich hier habe. Eine Minigun. Sind wir echt hier nur zu zweit, oder was? Wo ist denn dieser Typ? Bio-Rifle. Flag-Cannon. Nice. Woa, da fuck. Da fuck. Da fuck. Da fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Ich hab'n Kill gestealt. Und nochmal. So, what the fuck. Schon wieder denn? So. Geht doch. Gestorben haben wir noch einer mitgenommen. Okay, ihr merkt Leute, ich muss ein bisschen reinkommen. Aber dann funktioniert das Ganze. Shit. Ich war eine bessere Knarre. Eindeutig. Die hier ist zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich... Eine Reaktion hat nachgelassen in den letzten Jahren. So. Wo ist der Hund hingelaufen? What the fuck? Ha. Das ist nicht nett. Komm schon. Sie rennen die alle davon. So. Den holen wir uns. Hm. Wo ist er dann hingelaufen? So. Hoppa. Boom. Bitch. Alright. 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 Ich bin 5 von 8. Da hab' ich gerade gesehen. Piccolito. Immer Piccolito killt mich. Verdammt nochmal. Na gut. Das ist ja auch das erste Spiel hier. Ich hab' keine Waffe mehr. Fuck. Ihr seht, das Spiel... Ha. Selber gekillt. What the fuck? Ha. 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 Und wiederum killt geklautzt. What the fuck? Are you... fucking kidding me? Ja. Geht doch. Boom. Boom. Wieder Piccolito. Ich glaube es doch nicht verdammt. Shark Ammo. Wie ihr seht, das Spiel ist actiongeladen und schnell, so wie es sein muss, wie es früher auch war. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man hier sich nicht ganz so dämlich anstellt, wie ich das mache. Dann könnte... Könnte er sicherlich verdammt viel Spaß machen. Auf jeden Fall. Und ich meine, ausprobieren kann man es ja. Es ist gratis. Kostenlos. Und... Yeah. Macht schon Spass. Wie gesagt. Es ist halt noch lange nicht fertig. Yeah. Bitch. Es ist noch lange nicht fertig. Und, äh... Ja. Das Spiel hat noch keine wirklich guten Texturen und so weiter. Aber die trotzdem wirklich schon sehr gut aus. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das aussieht, wenn es dann mal fertig oder sicher Alpha oder Beta Status erreicht. Und man kann echt gespannt bleiben. So. Nehmen wir uns den nächsten. Boom. In your face. Ha 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 ha. So. Next one, please. Shit. Meine Kills... Immer werden meine Kills geklaut. Shit. Aber man merkt, ich bin ziemlich außer Übung. Was das Treffen anbelangt. Aber solche Spiele hier sollen ja auch nicht gleich beim ersten Mal funktionieren. Und, äh... Da gibt es ja schon einiges zu wissen über diese Spiele. Irgendwelche Abkürzungen, wo denn die Waffen liegen. Und... Ich stirb. Wo die Rüstungen liegen und so. Und, ja. Wie man sich am besten fortbewegt, wo die schnellsten Wege sind und, und, und. Aber ich denke, mit ein bisschen Übung geht das dann schon einigermaßen gut. Und macht auch verdammt viel Spaß, wenn man das mal ein bisschen trainiert hat. Und, ja. Bitch. Alright. Shit. Wieder auf vierter Platz. Fahr mal dritter. Das. Komm schon. Komm schon. Shit. Okay. Wir haben leider verloren. Dritter Platz. 20 zu 28. Eine schlechte KD. Aber es gibt noch einige schlechtere hier. Und ich weiß nicht, was mit meinem Ping los ist. Verdammt nochmal. Der ist ja verdammt hoch. Ja gut. Und das war es eigentlich schon. Ich wollte euch Unreal Tournament noch kurz, eigentlich nur kurz zeigen. Ich werde das auf jeden Fall noch weiterspielen. Noch ein paar Mal mehr spielen. Und vielleicht gibt es noch das ein oder andere Video dazu. Auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, schreib mir in die Kommentare. Oder gib mir einen Daumen nach oben. Drück auf Abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.